So, dann schauen wir doch mal. Halette können wir natürlich weiter aufrüsten. Und jetzt brauchen wir nur noch 10. Ein Heldentitel ist verfügbar. Ja, das ist jetzt noch zusätzlicher Bonus. Mal schauen. Die Skalden singen nicht von den Namen einfacher Leute, sondern von den Legenden, zu denen diese geworden sind. All rightyzen, mal schauen. Das Flüstern, das heißt, das Flüstern trage kein Leben mehr in sich, das bloßer Stahl beenden könnte. Klingt an sich nett. Der Berg, na, das passt nicht so doll. Das letzte Übel. Als letzter Kämpfer auf dem Schlachtfeld zu stehen, ist ein zweischneidiges Schicksal, aber ein unvergleichlicher Rausch. Die Wölfin. Der Wolf scheint das Schlachtfeld zu umkreisen, zum Entsetzen aller Gegner, die ihn übersehen. Oh, na, das klingt doch schon mal gut. Und da kann man sehen, je höher der Rang, umso mehr Ansehen wird man brauchen dafür. Aber das lohnt sich ja mit der Zeit. Das sollte reichen. Ja, nicht ganz so viel, aber wird schon klappen. Petrus begleitet dich zu deinem Lager, welches aufgeschlagen wurde, während du weg warst. Ich weiß, König Manolf hat dich gebeten, sofort mit Rogat zu sprechen, aber nachdem seine Männer uns überfallen haben, war ich vielleicht zu... Er ist momentan nicht imstande zu sprechen. Offenbar habt ihr zwar eine gemeinsame Vergangenheit. Ich werde dich so bald wie möglich zu ihm bringen, damit du mit ihm sprechen kannst. Im Moment würde ich dir aber empfehlen, dich etwas auszuruhen. Es war für uns alle ein langer Tag. Und Lef hat auf deine Rückkehr gewartet. In der Ferne hörst du singen und lachen. Wo sind denn alle? Feiern! Zum ersten Mal, seit wir Skogre verlassen haben, können wir einfach mal einen Halt einlegen. Wir haben es geschafft. Dank dir. Ich habe nicht den Eindruck, schon fertig zu sein. Die Wüter könnten mit Leichtigkeit durch diese schwache äußere Mauer durchbrechen, wenn sie es wollten. Und soweit ich es beurteilen kann, haben wir noch immer keine Antwort auf die Dunkelheit. Was glaubst du, was Eifer in diesem Moment wohl treibt? Vermutlich wird er alle davon abhalten, sich gegenseitig umzubringen, so wie ich Eifer kenne. Was auch immer es ist, ich bin mir sicher, dass er die Sache im Griff hat. Nehmen wir doch das Zweite. Ich weiß, du hast recht, aber ich vermisse ihn. Sie fühlt sich seltsam an, diese plötzliche Ruhe. Nichts zu tun, außer abzuwarten. Du hast recht. Ich kann mir gerade noch nicht einmal Rugga vorne nehmen. Der Wachhauptmann ist bei ihm völlig ausgerastet. Gut, auf der anderen Seite, was für Meinauf sterben sollte. Ruggas Loyalisten, die Pferdeblödingen, der Machtkampf. Da werden die Leute in dieser Stadt möglicherweise bald aufeinander losgehen. Je stärker wir uns bemühen, diese Welt festzuhalten, umso schneller scheint sie uns aus den Fingern zu gleiten. Wir können den Lauf der Welt nicht aufhalten, Aleth. Wir können nur versuchen, auszuharren. Komm schon, du hast dir eine Nacht der Glückseligkeit verdient. Otlef versucht, ein tapferes Gesicht auch vorzutäuschen und führt dich dorthin, wo die anderen bereits feiern. Kapitel 17 Der Held erhebt sein strahlendes Licht. Oh Mann, das kann doch heiter werden. Nun, Mann, Okay. I'm a C4. Oha, Aira und die anderen sind schon bis zu Strand. Na dann, da wo die ganze Saga angefangen hat. Die Saga, Aira und die Saga. Ach du Scheiße. Das kann doch schlecht ausgehen. Du musst dich jetzt darum kümmern, Juno. Zum dritten Mal erwischst du einen Raben dabei, wie er dich unverwandt anstarrt. Das Flüstern der Raben untereinander nimmt allmählich ein beunruhigendes Ausmaß an. Noch nicht bald. Je länger du Volkers Geist in deiner Gewalt hast, desto schlimmer wird es, wenn du mit dem Gezauberer fertig bist. Die Raben, die du mitgebracht hast, sind abgebrühte Söldner. Es wird ihnen gar nicht gefallen, entführt zu werden. Wir hatten keine Zeit, um sie auf reguläre Weise zu überzeugen. Und hier draußen brauchen wir ihre Klingen und Schilde. Was genau ist hier draußen passiert? Die Dunkelheit tötet nichts. Sie deformiert. Hier draußen lauert so einiges, dem man lieber nicht begegnen möchte. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass sie diese riesige Lichtkuppel bemerken werden. Sie ist aber leider notwendig und auch das Einzige, was die Dunkelheit daran hindert, uns zu deformieren. Ich werde Volkers Geist bald freigeben, wenn sie entdecken, dass sie im Licht gefangen sind. Gib mir kurz vorher nur Bescheid. Das wird kaum zu übersehen sein. Was ich getan habe, ich weiß, wonach es aussieht. So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Bitte, Ivar. Schenk uns noch ein wenig länger Vertrauen. Bring es einfach in Ordnung. Glaub mir, wir versuchen es. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, wir werden einen ordentlichen rechten Haken von Volker abkriegen, wenn sie aufwacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. We'll stop briefly to investigate. Oh zupe. 1a. Ja, man merkt schon, es sind sehr viele neue Gesichter hier. Okay, die Einheit ist im Trupp erforderlich. Na dann. Ja, man kann Alvan noch aufrüsten. Super. Naja, hier kann man nicht wirklich was machen. Mal schauen. Alles erzittert vor einem Berg, der über das Schlachtfeld schreit und eine Schneise für Wüstung hinterlässt. Ja, das klingt doch Eiver. Und wir können uns gar nicht leisten. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, die ist nicht schlecht Los Aiva, zeig den was Narkis Das geht doch Ach, dieses absorbieren Okay, das Bersen hat nicht wirklich was gebracht Versuchen wir es mal damit Haha, geht doch Okay, von Volker scheinen die wohl kein Interesse zu haben Geht doch Ha, geht doch Ach, voll Ach, jetzt sind nur noch die zwei da Ach, jetzt habt ihr bloß Interesse an, Volker, sieh einer an Okay, das geht doch Okay, das geht doch Als sie stilleintritt Als sie stilleintritt fühlt sie sich unnatürlich an, als wäre man unter Wasser Was ist mit diesen Viechern, was passiert, fragt Volker Okay, falsche Stimme Ja, liegt an dem Bild Und unterbricht damit die herrschende Stille Die seltsame Frau antwortet Wüter, Mensch, Val Hier draußen spielt es keine Rolle Nicht tot, aber ihr Geist war schon erloschen, bevor sie ums Leben kam Die verkohlten Überreste der deformierten Geschöpfe brodeln und scheiben im Licht Und stinken dabei fürchterlich Ihr setzt das Gespräch außerhalb der Hallenruine fort Auf eurem Weg zum unteren Teil von Strand An so einem Ort hätte ich keine Besucher erwartet Ich wollte sagen, ich hätte schon Seltsames gesehen, aber das wäre gelogen Ich bin Eirik und das ist Valgard Ja, wir waren schon in Strand, bevor die Wüter kamen Die Wüter waren in Strand schon anstrengend genug, auch ohne deformiert zu sein Ich wusste nicht, ob wir aus diesem Abgrund jemals herauskommen würden, selbst mit dem Licht unserer Freundin Gut, dass du hier geblieben bist, zu Fuß kann man der Dunkelheit nicht entkommen Wir reisen gegen den Wind nicht fort von ihm, um sie aufzuheben Die Dunkelheit aufheben wie? Das ist nicht bloß eine Magierin Die Frau ist eine Valka Das bist du aber nicht Wie hast du gelernt, Lichtmagie zu wirken? Ich habe mir das eine oder andere selbst beigebracht Wenn einem die Magier nach dem Leben trachten, lernt man, sich selbst zu schützen Okay, was meinst du damit? Ich heiße Alfruhn Wisst ihr eigentlich, mit wem ihr da unterwegs seid? Ich bin hergekommen, um zu verfolgen, wie die Geschichte sich entwickelt, sozusagen Und das Irgende sieht so aus, als wäre ich auf die Urheberin gestoßen Juno ist anzumerken, dass ihr diese Andeutung unangenehm ist, aber sie behält wie stets die Fassung Avan dagegen weniger Wir müssen weiter, die Zeit ist unser Feind Die Zeit selbst? Dann braucht ihr fähige Verbündete Ich sehe es dir am Gesicht an Du fragst sie, ob du ihr vertrauen kannst Ich wüsste zu gern, warum zwischen dir und der großen Frau mit dem Rabenschild so viel Farbe in der Luft ist Du blickst zu Volker Uli wendt den Kopf zwischen ihr und Juno hin und her Er ist nicht der Einzige, der eine Waffe zieht In deinem Kopf hörst du Juni deutlich sagen Sei bereit! Oh fuck Ja, das könnte jetzt unangenehm werden Volker schaudert und greift sich an den Kopf Wo, wo sind wir? Stöhnt sie von Junos Zauber befreit Gefangen in der Dunkelheit Mit dieser türkischen Hexe Uli knurrt Ich wusste es, Volker Sie legt dir schon die Worte in den Mund, seit wir Bollweg an der alten Furt zurückgelassen haben Volkers Gesicht wird so rot, dass es Schnee schmelzen könnte Sie schreit auf Und es gelingt ihr gerade noch, ihren Speer beiseite zu schlagen Andere sind dabei, ihre Waffen zu ziehen Äh, die Raben einschüchtern Wer will als erstes, brüllst du Sie scheuen vor deiner Wildheit zurück Aber noch mehr vor dem Knistern der Blitze Avens hinter dir Eine samtige Benommenheit überfällt die ganze Gruppe Juno sagt Wenn diese Welt überleben soll, werden alle Dracke, werden alle gebraucht Volker kämpft gegen die Müdigkeit an Wer schert sich denn einen feuchten Kehricht um die Welt? Aber sie rührt sich nicht Niemand bewegt sich Volker sinkt in sich zusammen Wenn das alles vorbei ist, werden die Raben bekommen, was sie verdienen Verlasst euch drauf Habt ihr das gehört? Oh fuck Jetzt kommen bestimmt wieder Gegner Jep Suppi Ist ja noch nicht beschissen genug Diese Dinger sind einfach aus dem Nichts gekommen Wir müssen zusammenhalten, wenn wir überleben wollen Na suppi Gut, aber dieses Gespräch ist noch nicht zu Ende Wellenkampf Die Legionen der Deformierten greifen auf den Wellen an Nach der ersten Welle kannst du kämpfen oder fliehen Besiegst den Boss der letzten Welle, erhält seinen nützlichen Gegenstand Ah ja Das heißt, wir haben 40 Runden, um diese Typen fertig zu machen All righty then Versuchen wir unser Glück Schau, was hat er noch? Durchlaufer, aha Aber wir versuchen mal Axtstorm Haha Geht doch Da klatscht sogar der alte Wanderer Oh, der hat den Schlag von Ivar ausgehalten Ich fasse es ja nicht Los, blitze Schau, was hat sie ihn drauf verwirren, aha Das ist jetzt nicht verkack-eiern Absorbieren Okay, das Kappe ich jetzt nicht gerade Natürlich gehen alle auf die Arme Juno auf Ach, Mann Ich wollte schon sagen Was rüppelwind Das geht doch Na, blitze Na ja Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit Ja, der Valka-Blitz macht nicht wirklich viel Schaden So, wieder einer weniger Na, geht doch Na, geht doch So, da ist jetzt noch der Einer Okay, Eivind kann man vergessen Okay, das ist genau so ein Kack wie Kack wie Lebens Sauber, na ja Juno hat's erledigt Aber dafür ist auch das Vieh tot Ach, wir fliehen einfach Der Kampf endet so abrupt wie er begann und es kehrt wieder in eine beunruhigende Stille ein Hier sollten wir lieber nicht lange herumhängen Bemerkt Walgard Und putzt Asche von seinem Schwert Du blickst Fragen zu Juno Das war kein bloßer Zufall Vielleicht hatte dein ganzes Geschrei etwas damit zu tun Nein, das war organisiert Strategisch Es kam mir ein bisschen zu bekannt vor Also wenn wir das Spiel mitspielen sollen, du Oberhexe Dann wird es Zeit für Erklärungen Wir gehen nach Grathorn Dort finden wir einen geheimen Weg, eine Abkürzung zu unserem Ziel Nämlich Dorthin, wo die Dunkelheit begann Wie wäre es mit ein bisschen mehr... Moment, erwartet hier jemanden? Ihr alle seht es am Horizont Eine imposante Erscheinung, ganz in Weiß gehüllt Führt eine Legion von Deformierten an Das kann nicht sein, Bollwerk? Wir müssen hier schnellstens weg Damit bin ich einverstanden Dann werden wir uns euch wohl anschließen Wie konnte sich... Wie konnte sich die Lage nur so verschlimmern? Wo sind die anderen Valkar? Eivant und ich waren in Manahar Bollwerk kam dorthin, um sich an uns zu rächen Und nahm uns so jede Möglichkeit Mit den anderen Valkar zusammenzuarbeiten Für mich sah es eher danach aus Als hätte Eivant völlig den Verstand verloren June blickt kurz zur Seite und fährt dann fort Die Finsternis kommt Aber rang jeden Tag ein Stück näher Ich fürchte, dass sie ihr schutzlos ausgeliefert sind Warum stehen wir dann hier herum? Grathorn liegt mehrere Tagesreisen von hier Unter günstigen Umständen vielleicht Die Umstände sind zur Zeit mit Sicherheit nicht günstig Wenn das wirklich Bollwerk ist Wenn er es ist, soll er uns ruhig dahinter herjagen Das würde ihn wenigstens von Abrang fernhalten Sie haben schon genug Probleme Ja, das ist mal sicher Ach, die See ist noch immer tot Okay Oh, die Finsternis kommt wirklich immer näher Oh Mann Das wird eine Riesenschlacht werden Das wird kein friedliches Ende nehmen Sagt Petrus und lässt den Blick über die sich windenden Wüter schweifen Die zwischen der Stadtmauer von Abrang und der Dunkelheit in der Falle sitzen Ein Tier ist am gefährlichsten, wenn man es in die Enge treibt Hat sich die Lade jetzt wirklich verbessert? Fragst du dich laut Petrus schüttelt den Kopf Eigentlich nicht Es gibt noch immer böses Blut wegen der Flüchtlinge Und es geht um mehr, als es den Anschein hat Apropos, fügt er ihn zur Rucker Redet Ich denke, es ist Zeit, dass du ihn dir vorknöpfst Nicht ohne mich, sagt Odlef Der Mann ist sogar in eine Wand gekettet noch gefährlich Und die Ordnung erhalten wir am besten aufrecht Wenn der König in Sicherheit ist Sagt Petrus und fügt hinzu Wir brauchen das Gegenmittel Geh und möge das Glück auf deiner Seite sein Ja, aber hier mache ich jetzt erstmal Schluss Also bis zum nächsten Mal Tschüssi 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 Vielen Dank.